Diamant de Cador Der Stutenstamm der Willkür Willkürlich angepaart wurde hier aber nicht. Die Staatsprämienstute Fezzi von Fabriano Augustinus brachte mit vor Pleasure die internationalen Weltklassepferde Fit for Fun und Flight of Icorus, sowie den auch bis 1,30 Meter erfolgreichen Darko for Fun. Die Mutter Hannoveraner Prämienstute Cadoria ging selber im Sport und auch ihr Vater Cador war über 1,50 Meter erfolgreich. Vater Diamant de Plaisir war selber bis 1,45 Meter im Parcours unterwegs und vereint die internationalen Top-Vererber Diamant de Semi und For Pleasure miteinander. In Pferden begeisterte das Freispringen. Reaktionsschnell und mit gutem Abdruck und sehr viel Vermögen. Diese Sportlichkeit im Freispringen in Kombination mit der sportlich-internationalen Genetik rechtfertigt wohl jede Ruhe und Zeit, die wir bereit sind, diesem Hengst für seine Entwicklungsmöglichkeit in unserem Bestand zu geben. Ein Hengst mit gutem Seitenbild, die gute Oberlinie und die große, auch gut gelagerte Gruppe fallen hier ins Auge. Mit guter Galoppade ausgestattet, zur Zeit noch deutlich überbaut, aber seit dem Pferdener Hengstmarkt schon deutlich ausgelegt, präsentiert sich Diamant de Cador freudig unter dem Sattel von Saskia Kunz. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.